Guten Morgen ihr Lieben! Wir machen Türchen Nummer 11 auch. Und wir haben hier die Farbe 890 und das glitzert richtig richtig schön. Die Farbe habe ich, meine ich, auch noch nicht. Die einzige dunkle Farbe, die ich habe, ist die 310. Die habe ich mir mal selber gekauft. Sehr, sehr cool. Also das funkelt richtig, richtig schön. Wahnsinn. Ja, und das war es heute schon wieder. Wir sehen uns morgen wieder zur Türchen Nummer 12 und zum 3. Advent. Und ich würde sagen, bis morgen ihr Lieben!